Schon abgearbeitet, ist es Sonntagvormittag und ich will jetzt mal ganz, ganz bald dran sein um die tollen Sachen, wirklich tolle Sachen. Schau mal her, also, das ist ein Oberteil, eine wunderbare Qualität hier, länger, ein bisschen angeschnitten, die Lederhose, wo natürlich keine Leder ist, innen gefüttert, da schwitzt du nicht, aber sie macht heute eine Figur, sozusagen Bella-Figura. Hier ein ganz neuer Oberreis, wunderschön, schau her, ganz toll geschnitten, hier ganz leicht drüber, das Bäuchlein ist ein bisschen bedeckter, macht ganz eich Krawall. Hier ist ein bisschen was Nährischeres, schau her, toll, die ist Samt, das ist Samt, man kann sie mir leider nicht fühlen, gell, sozusagen im Fernsehen, im Zimmer, schau her, das ist Satin, ich finde halt die Kombi, finde ich schon geil, ne, oder? Ich finde sie geil. So, das ist ganz was Tolles hier, der Tuchmantel, ich nutze das schon her, das ist gescheit. Der Tuchmantel, das ist ein Unterzieh-T-Shirt, ich zeig's mal noch anders, das wirklich super ist, schau her, so ist, ja, man fühlt's leider nicht. Das ist eine ganz tolle, also die Grammatur ist super, schön im Ausschnitt, nicht zu nah, kannst du unter alles dran, Bläser, Mantel, zur Hose, zu allem. Gell, die Hose sind toll, ne? Schön, ein ganz leichter wenig geschnitten, wie, wie sag ich denn, wir hören's früher, Buntfalte, Buntfalte, so, dann haben wir hier, wo ich der Meinung bin, dass diese Farbe, das ist Magenta, wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Hier haben wir wieder, Gott sei's Gedank, den schönen, zerten Unterzieh-Roll-Kragen, der ein bisschen Figur umspielt, Handytasche, alles dabei hier, die lange Strickjacke sowieso, ne? Hier haben wir was Tolles, auch Magenta, also ich, so, okay, Okay, die Hauptsachen, es sind schon solche Geschichten da, von den Farben, in allen Abtönungen, okay? Es hat fast ein bisschen das Grau ersetzt, will ich mal sagen. Magenta ist dann die Farbe, die da dazukommt, gell? Und die dann wirklich, ist ja eine ganz angenehme Farbe, oder? Der Rock, schaut halt den Rock her, hm? Ich hätte noch einen passenden Pullover auch, in, sozusagen, grün, schau her, obwohl man Magenta besser gefällt, gell? So, jetzt einen kleinen Moment, dann geht das hier weiter. Ach Gott, so, jawohl. Wie schaut's denn mit sowas aus? Bla, 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 nicht verkehrt, in der heutigen Zeit. Das sollten die Politiker immer anhaben, solche Scherze, oder? Ach Gott, schau halt her, was ich gekauft hab. Ist das süß, das müssen wir auch lange können. Ach Gott, ist das süß. Eine Tasche, die gibt's auch in Grau. Das ist auch toll, mit einem Anschau her. Bisschen feiner, das ist satter. Auch super. So, okay, wo ist mein Haus her? Jetzt hab ich mein Haus nicht verloren. Dann, nee, komm mal schauen. So, dann geht's weiter. Dann haben wir diese und das Scherz, das ist so, das ist wie ein Pullover von der Hauptdeck. Liegt an, will ja nicht jeder, das ist schlottrige Zeug, ne? Schau her, auch toll. Ja, das sind halt die Muster, das ist das. Und Gott sei Dank, gibt's wieder Hosenanzüge, oder? Ich zeig euch mal ein, mein lieber Freund. Warte mal, ich will ja das alles mal rein zeigen. So, Hosenanzug. Wo bist du? Da bist du. Schau her. Ist das eine Sache? Kann man immer getrennt über alles, ganz schwarz, Bläser drüber, Hose, dicken, oh, ich hab tolle Pullover. Oh, Gott, die hätte ich jetzt fast vergessen. Weiter mal. Ganz, ganz schöne, ganz, ganz hochwertige Pullover. Die haben wir schon mal gehabt. Im Muster, die waren so weit weg. Die sind jetzt nicht günstig, sagen wir mal so, aber, aber, schau mal her, ist ein ganz neuer Schnitt. Eine neue Firma ist das, ein Pullover, der ist so schön angezogen. Den, wenn du anfasst, boah, Wahnsinn. So, und der, der ist noch ein bisschen, fast ein bisschen griffiger, ein bisschen dicker, aber den fand ich, also, super, schau her, ganz leicht Fokuhila, tollen Arm, schau her, schön, ganz schön. So, aber jetzt, kommen wir hier. Ja, mal, na, na, na. So, na ja, die Lederhose, das ist vollkommen klar. Kleidchen ist vollkommen klar, auch in Magenta. Das ist jetzt eins, das oben nicht angesetzt ist, damit es wirklich jedem passt. Das ist auch schön, das habe ich mir selber genommen. Auch, so, noch alles, alles kann man wahrscheinlich nicht sagen, ne? Bla, 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 da sind noch zwei andere, die sind auch cool. So, schau her, das ist cool. Das ist auch so ein Zwischendegen zwischen Shirt und Pullover. Und das ist auch schön. Müssten eigentlich auch unsere Pullover anziehen, oder? Die einen ist bla, 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 und die anderen, ich weiß es nicht. So, Unterzirollis, ach, das, ich habe ja eine Kundin, die währt ja schon jahrelang, also diese Unterzirollis, das ist das Einzige, was die verträgt, und die friert immer so schnell. Das sind perfekt, perfekt. So, da haben wir wieder Magenta. Eine ganz, eine zwanglose Drüberschmeißjacke. Die hat aber ein wenig einen Tupfer gebringt, verstehst du? Ich sage einfach, du, so heißt, sieht mich ja keiner. Schau her. Ich finde halt die Fär. Sieht mich ja keiner. Ach so, naja, schau her. Schwärzen, so ein Unterschied, was ich gerade gezeigt habe, oder auch den Rolli. Dann das, schwarze Hose, super, oder? Super, sag ich ja keiner. Sieht mich doch keiner. So, die Pullover, das ist ganz klar, dass die immer schön sind. Das ist ein, da gibt es einen tollen Satinrock dazu, zu kleben, unser Einzelgläser. Macht ja ganz viel Karawai. Macht ganz viel Karawai. So, hier ist der Clou hier. Samt, Butter, Butter, Butterweich, machen die optimalste Figur, die sie jemals gegeben hat. Und, schlau, schlau, schlau. Da passen die Buddhas dazu, passt eigentlich alles dazu. Ein wenig so ein Junkie, es passt was Elegantes dazu. Schönen, tollen Pulli dazu. So, und diese Teile, diese Ausführung, die werden wir anleihen, die werden sie anleihen können, jetzt. Die sind fantastisch. So, hier haben wir Rücken, da haben wir natürlich jetzt dann, das ist die Art, genau wie der in dem Magenta. So, die fallen schön, wir haben im Sommer welche gehabt, die sind dann so richtig weggestärzt vom Material her. Und das ist jetzt einer, der fällt wunderbar. Da kannst du einen Langschachtstiefel, da kannst du einen Boots, da kannst du Schnürdinger, da kannst du erzählen, was du willst. Da habe ich natürlich die passenden Oberteile dazu. Vorhin schon gezeigt, Satin und so weiter. So, jetzt kommt mal. Kleidchen, kann man jetzt sagen. Kleidchen. Schau mal her. Das ist ein Kleid für jede Gelegenheit, für jede Figur, für jede Gelegenheit. Ein kleines Jäckchen drüber, sogar ein kleines Strickjäckchen drüber. Schau her. Ein kleines schönes Strickjäckchen drüber. Ich finde das immer richtig, das hat es super kombiniert. Aber auf mich heugen sie meistens nicht. Manche schon. Das ist ein tolles Kleid. Kann man mit oder ohne Gürtel. Die fließen wunderbar und es ist wirklich eine wahre. Mein Lieber, da muss ich nichts verstecken. Die Tuch in einem schönen Schäher-Schiffon. Das ist auch toll. Das finde ich auch toll. Mir gefallen immer sehr, sehr elegant diese U-Boot-Ausschnitte. Die gefallen mir. So, jetzt langt es bei mir. Warte mal, ich bin nah. Jetzt langt es mal. Ich muss da noch die ganzen Abschlussbegleiter zeigen. Also jetzt im Moment.